Wolfgang Mozart Ich bin ein Komponist mit Namen Wolfgang Mozart. Doch lieber stellte ich mich Ihnen heute vor als Wolfgang Mozart. Held, ein Boxer, Casanova, bekannt, berüchtigt. Als der Ritter ohne Knacht, hätte ich nicht geboren werden können als ein Kosattensohn. Soll ich mal hauchen? Hauchen. Vielleicht geschieht etwas. Was? Etwas Unerwartetes. Etwas Spannendes. Meinst du? Etwas Unmögliches. Musik Musik Jekotirin Alexeyevna wünscht, dass Sie hochkomponist werden. Me, noch! Me, oui! Versuchen Sie Ihr Glück im wilden, leidenschaftlichen, unermesslichen Russland. In Moskau! In Moskau! 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 Sieg die mitgegen klingende Chöre, bringende Liebe, Freude ins Herz. Du suchst doch eine Frau. Hast du recht. Ich bin eine Frau. Ja. Er hat eine Überraschung geschrien. Eine Überraschung! Ja! Ich mag keine Überraschung! Aber diese sind Ihnen ganz bestimmt gefallen. Und ich mag keine Widerrede. Maisette, ich habe für Sie eine Opa geschrien. Mein Gott, Sebastian! Was ist denn für eine Opa? Vielleicht hat die Großstadt so ein Recht, Herr Bastard. Vielleicht sind Sie nicht ganz so blöd, wie Sie aussehen. Kommt mit Halle! 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 Vielen Dank.